So, da wären wir im Anflug. Die Bonanza hat auch ein wahnsinnig hohes Bugfahrwerk. Das heißt, man muss mal ganz gewaltiger Pitch eigentlich aufsetzen, damit man nicht ausserseht. Wenn man im Vorderrad zuerst aufkommt. Hier, lange Flair, genauso wie mit der Muni. Und mit 57 Fußbrems aufgesetzt. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020